Leute, was geht doch aus dem Onkelzock am Start? Ich wollte gerade eine Abkürzung nehmen, Leute. Und guckt euch, was ich da festgestellt habe. Ich habe mich wirklich richtig erschrocken. Keine Ahnung. Ich habe direkt an einen Horrorfilm gedacht. Guckt euch das mal an, jetzt um die Ecke. So ein alter Kinderwagen hier. Und ich dachte so, what the fuck, Leute. Und scheiße, ich bin ganz spontan hier hochgegangen. Wollte jetzt nur eine Abkürzung nehmen über so eine Brücke da. Dass ich nicht einen Umweg laufen muss. Und dann stand dieser Kinderwagen hier. Ich dachte mir, what the fuck, Leute. Das ist ein Real-Life-Video hier für euch. Und dann dachte ich sofort an so eine Melodie. Nein, wie ging das? Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Obwohl, was hat Freddy denn mit so einem Kinderwagen zu tun? Aber Leute, ohne Scheiß ist das nun mal. Wurde einfach mal hier hingestellt, hingeworfen. So als Abfallmüll. Mann, Mann, Mann. Ich kann sowas überhaupt nicht verstehen. Ja, haut rein, euer Onkelzocker.